Schatten ist Lava, Leute! Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 in Mainz. Heute wieder mit Riedle Baku. Alles klar? Alles bestens. Und wir haben eine kleine Challenge vorbereitet. 1 gegen 1. Du bist defensiv stark, du bist offensiv stark, du bist ein guter Tempodribbel. Von daher wird es, glaube ich, schwer für mich. Aber wir schauen mal, was ich da machen kann. Und die Schattengrenze, spätestens ab da muss man den Abschluss suchen. Meti steht natürlich noch im Tor, der macht es sich schon bereit. Und wer am Ende gewinnt, gewinnt das Ganze. Also, ab geht's! Ah, zack! Oh, Meti, war der durch! Der war durch, aber ich war irritierend. Der zählt nicht. Hey, die Schattengrenze. Meti, du hast noch mal Glück gehabt. Schatten ist Lava, Leute. Bereit! Alter! Ah, routiniert! Das ist schwierig, weil im Spiel... Der kommt nicht vorbei! Worum? Worum geht der? Der macht eine Seite zu, der Till. Oh, schau! Hält der Gute! Ich habe eigentlich noch mit einem Schritt gerechnet, dass du noch gehst. Hast du auch stark gehalten? Ich habe jetzt nur gedacht, einmal vorbei und dann direkt... Pff, schon außer Power hier. Komm! Oh! Oh! Ja, ja! Oh! Oh! Ganz fresh! Meti stand so ein Stück draußen! Das war der Chipper, ne? Der wollte ihn chippen! Er meti stand ein kleines Stück draußen! Komm, Till! Oh! Oh! Oh, ist kalt! Das war das Ding! Starts überhaupt, oder? Test này! 1-0! Ich weiß, wer gleich nicht mehr kann. Ja, wer jetzt nicht mehr kann! Und derjenige hatte keinen Laktat! Stark, Till! Oh! Mit links! Oh! Oh! Gute Bewegungen da, ey. Macht er gut. Links, rechts, links, rechts. Ich wusste selber nicht, wie ich war. Ah, macht er. Schlecht Partei, sorry. 2-0 Riedle. Macht er auch stark. Eiskalt. Sauerstoffzelt. Wir machen kurz eine halbe Stunde Pause, wäre gut, zwischendurch. 1, 2, 3, 8. Oh, voll. Bist du spät gefallen? Wie das ist jetzt? Zu spät gefallen, ne? Richtig an Neymar, so 3,5 Meter später. Wärst du direkt gefallen? Hätte ich gepfiffen. Der Neymar. Komm, Till. Der war noch vorher, oder? Das war ganz an der Grenze. Aber ich glaube, der war noch. Sagt gut aus gerade. Mann, da steht alles zu hier. Oh, voll. Hey. Immer jede Schütter. Immer zack, zack. Das geht so fatzfatz. Da muss man jedem mitmachen. Ja, du machst jetzt noch einen und dann nur noch einer. Komm, Till. Nee. Oh, voll. Oh, voll. Einmal zum Würstchenstand geschickt. Ei, ei, ei. Ich dachte, ich komme dran mit links. Okay, 4-0. Weißt du, ich muss ... So einen Verteidiger bräuch ich mal sonntags, ne? Ja. Den braucht jeder. Hitler, einer noch. Bring es zu Ende, bitte. Du musst mich erlösen. Ich kenn's auch. Komm, Till Junge. Ja. Oh. 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 Wie war das nochmal mit dem schwachen Fuß? Ja, mega gut. Ich auch. Richtig stark. Gott sei Dank hast du reingemacht. Noch eine Runde. Können wir gerne machen. Ich hätte es nicht mehr geschafft, ne? Wir kommen zur Kickbox. Und Riedle, ich würde sagen, du fängst einfach mal an. Zehn Versuche maximal. Meti macht das Ganze jetzt. Den ersten jetzt. Meti-Legendenstatus. Dann gehe ich aus dem Tor raus. Riedle, was sagst du, wie viele brauchst du noch? So eine Tendenz? Weiß ich nicht. Reden wir von 8-9? Nein. Ich denke, ich mach das vorher. Du machst das vorher? Okay. Du bist nochmal dran. Zweiter Versuch. Riedle. Oh. Knapper geht's nicht. Das war zwar die Latte im Kreuz. Kannst du wieder. Eben hast du mich blamiert. Jetzt muss ich mich irgendwie retten. Oh. Da hätte ich meine Ehre wieder herstellen können. Das ist echt so. Aber der war richtig gut. Mit Bande? Mit Bande. Oh. Heieiei. Zack. Oh. So mit runter und dann rein. Das wäre geil gewesen. Das wäre geil gewesen. Oh. Na. So viel grad. Meti, du wieder. Die Meti, der macht das. Oh. Jetzt kommt der Fünfte. Mit Aufsetzer. Mit Aufsetzer zählt er auf? Ja klar. Auf jeden Fall. So Till, du hast nochmal die Chance. Na ja, das war gut. Oh. Ey, der wird zweimal jetzt. Am nächsten dran, ne? Ja, am nächsten. Zweimal vorne drauf. Das kommt von da hinten. Hat dich abgelenkt, die Musik, ne? Oh, oh. Das sind aber alle nicht schlecht, ne? Ja. Ja. Nein. Wieder auf die GoPro. Oh, Bro. Die stellen wir in Rechnung. Dritte Runde jetzt, ne? Ey, Mann, ey. Wie zieh ich dir Druck? Boah, der ist hoch. Da hab ich tatsächlich gesagt, der Nächste sitzt, ne? Und dann war's auch so, ne? Oh, jetzt. Mit Kuss läuft's wahrscheinlich. Aber Riedler hat ja angefangen. Oh, nee. Das kann nicht wahr sein. Oh. Ah. Das war dein schlechtester bis jetzt. Ich wollte nicht vorne drauf. Ja, das war ja. Unter Druck können die Profis wahrscheinlich abliefern. Zack. Oh. Oh. Der ist gut. Der ist gut. Oh. Ich hab ihn drin gesehen. Ich auch. Der war perfekt. Also die Flugkurve war... Die Flugkurve war perfekt. Nur ein bisschen zu lang. Ja. 90. Minute. In Leipzig. In Leipzig, Riedler. Oh. Nein. Und er braucht den Ball. Wenn man muss, dann trifft man auch. Ganz einfach. Da macht er sich selber zum Druck und macht ihn rein. Doink, doink. Ja, gut. Meti, komm jetzt hier. Ja. Oh. 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 Aber hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Meti, das war stark. Ja, ich hab jetzt mal kurzerhand für Till übernommen, weil naja, hätten wir jetzt ein Sauerstoffzelt, das würde definitiv Till helfen. Ja. Also ich reich dir mal ein Wasser. Dankeschön. Das war ziemlich eindeutig. 5 zu 0 für Riedle. Wahnsinn. Ich denk mir gerade, was ist das für ein Laktartest, den du da vorher gemacht hast, weil das schien mir schwer nach 100% auszusehen. Ja, also wenn der Ball auf einmal da ist, dann ist die Spritzigkeit da. Ja. Ja, sieht man. Ja, ich bin selber ein bisschen überreicht, dass ich noch so viel Power habe, um ehrlich zu sagen. Also Riedle ziemlich stark. Auch die zweite Challenge hat er für sich entschieden. Und ich würde sagen, viel Erfolg noch für die weitere Saison. Wenn du so schießt, dann mache ich mir da gar keine Gedanken. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert die Kickbox auch gerne auf Instagram. Und auch gerne Riedle, wie heißt du bei Instagram? Riedle Baku. Riedle Baku. Das klingt einfach. Und wenn es euch gefallen hat, schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann. Ciao. Ciao.